USB-Adapter des Samsung Galaxy S7 mit externen Datenträgern benutzen Mit dem mitgelieferten USB-Adapter können Sie externe Datenträger, die über eine USB-Verbindung verfügen, an Ihr Samsung Galaxy S7 anschließen. Zum Beispiel einen USB-Stick oder eine externe Festplatte. Mithilfe der eigene Dateien-App können Sie Daten zwischen diesen Geräten und Ihrem Samsung Galaxy S7 austauschen. Um ein externes Gerät an Ihr Samsung Galaxy S7 anzuschließen, stecken Sie zunächst den USB-Adapter in die Multifunktionsbuchse am unteren Gehäuserand. Wenn die Verbindung zu dem externen Gerät nur über ein USB-Kabel möglich ist, zum Beispiel bei einer externen Festplatte, dann benutzen Sie das Kabel des mitgelieferten Multifunktionssteckers, um das externe Gerät anzuschließen. Wenn es sich um einen USB-Stick handelt, dann können Sie diesen direkt in den USB-Port des USB-Adapters stecken. Sobald beide Geräte miteinander verbunden sind, werden die Inhalte des externen Datenträgers in den eigenen Dateien angezeigt. Um Inhalte zwischen beiden Geräten auszutauschen, wählen Sie einfach die gewünschten Dateien aus und kopieren diese dann in den passenden Ordner. Mit Hilfe des Navigationspfades behalten Sie die Orientierung und finden so auch leicht zu den Ordnern Ihres externen Mediums zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017